Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen, eingeschobenen Spezialvideo hier am Osterwochenende. Es ist vor gar nicht allzu langer Zeit, also gerade eben erst irgendwie im Community-Bereich beziehungsweise im Entwicklerforum auf der Seite SWTOR.com ein Update rausgekommen zum Thema wie geht es weiter mit den Patches in SWTOR. Es geht um die Patches 6.1.1 und 6.2 und wir werden uns jetzt mal kurz drum kümmern, werden das Ganze hier durcharbeiten, was hier in einem Absatz sozusagen drin steht, was uns hier von Charles Boyd, vom Creative Director hier übermittelt wurde. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Natürlich, die aktuelle Pandemie mit diesem neuartigen SARS-Virus ist, denke ich mal, in aller Munde, muss man nicht erwähnen und auch in den USA ist es oder gerade in den USA ist es relativ kräftig. Um sich geschlagen und BioWare hat eben das SWTOR-Team oder generell EA BioWare, das gesamte SWTOR-Team ist zu Hause, arbeitet von zu Hause, was natürlich kein Problem ist. Das Problem sind allerdings so ein paar Voice-Over-Sachen. Das heißt, diese Stimmaufnahmen, die normalerweise natürlich im Studio passieren, die können jetzt nicht hundertprozentig umgesetzt werden. Ja, sie schreiben hier, as you all know, our cast is pretty huge. Das heißt, sie haben sehr viele verschiedene Sprecher, das wissen wir natürlich auch. Some actors do have in-home recording capability, also manche können zu Hause aufnehmen, aber natürlich leider und ich denke mal auch in gewisser Weise, verständlicherweise nicht alle. Und um sich darauf ein bisschen anzupassen, wird zum einen 6.1.1 ein bisschen verschoben, das ist der erste Punkt und der zweite Punkt, 6.2, wird so gesehen umgewandelt und die Story wird nach hinten verschoben. Das sind die beiden großen Punkte und wir schauen uns das jetzt nochmal hier im Detail an, was hier steht. Zum Update 6.1.1. Es war angesetzt für den 14. April, wird um exakt sieben Tage verschoben. Dienstag, der 21. April, wird jetzt angezielt für dieses Update. 6.1.1 wird natürlich die Änderung für die Eroberung beinhalten, wird die Änderung der Klassenbalance beinhalten, wird weitere Setboni hinzufügen, das haben wir uns alle schon mal angeguckt und wird natürlich auch Bugs beheben ohne Ende. Außerdem mit 6.1.1 kommt das Doppel-EP-Event. Ja, diesmal wie gesagt dann auch erst ab dem 21. April, dafür aber auch dann eine Woche länger, also wirklich die vier Wochen durchhaltend bis zum 19. Mai. und nicht nur bis zum 12. Also weiterhin vier Wochen Doppel-EP-Event, einfach nur eine Woche später. Aber sie haben sich dazu entschieden, den Master-Mode, den Meister-Modus der Dxun-Operation, Natur des Fortschritts, zu verschieben. Den Tests des PTS nach ist es nicht ganz so, wie sie es gerade haben wollen und das Feedback braucht irgendwie noch ein bisschen und sie brauchen wohl noch eine weitere Iteration, also nochmal eine neue Version für den PTS. dass es nochmal durchgecheckt werden kann, nochmal getestet werden kann, sodass es dann, wenn es dann wirklich in einem Umfang ist, dass man auf dem Live-Server das Ganze aufsetzen kann, dass es dann auch wirklich fertig ist und das wird dann im Update 6.1.2 passieren. Was ist das Update 6.1.2? Da haben wir noch gar nichts von gehört. Ja, folgende Sache. 6.2. Wir sehen schon, dadurch, dass sich die erste Zahl hinterm ersten Punkt verändert, ist das eigentlich ein Story-Update. 6.2 sollte ursprünglich den gesamten Story-Teil beinhalten. Wie geht es weiter mit Kira Carson, Scourge und Satir Shan und dieser komischen Plage des alten Imperators, die da irgendwo draußen auf so einem Schiff im Versteckten noch existiert. Wie geht es damit weiter? Das sollte eigentlich in 6.2 alles stattfinden. Das heißt, 6.2 sollte ein relativ umfangreiches, storymäßig relativ umfangreiches Update werden. Aber dadurch, dass sie es eben nicht schaffen, die ganzen Aufnahmen rechtzeitig fertig zu kriegen, werden sie das ein Stück nach hinten verschieben. Und der Plan für 6.2, was im Juni angesetzt ist, ist, dass es jetzt umgedreht wird. Das heißt, es wird jetzt zu 6.1.2. Es wird also weiterhin ein Patch im Juni geben, einen großen. Dort wird es dann allerdings nur um die game-technischen Sachen gehen, um die spieltechnischen Sachen, nicht um die Story. Die Story wird dann ein bisschen später kommen. Da können wir dann vielleicht von Juli oder August reden. In 6.1.2 im Juni, voraussichtlich, werden wir dann allerdings erst mal noch ein paar andere Sachen sehen. Erstens, Master Mode der Jaxun-Operation, Meister Modus, der wird dann kommen. Das heißt, da haben sie noch mal ein paar Wochen mehr Zeit, um eben entsprechend letzte Änderungen durchzuführen. Wenn das es dann auch wirklich funktioniert und auf einem Level ist, wo man sagen kann, ja, das ist für den Live-Server bereit. Weiterhin wird es weitere Quality-of-Life-Updates-Verbesserungen geben. Das heißt, allgemeine Sachen, dass es sich einfacher, angenehmer zu spielen ist. Und natürlich Bugfixes ohne Ende. Und es soll ein paar interessante, also hier steht Fun-Editions, also ein paar lustige, spaßige Neuerungen für das Nashada Nightlife-Event geben, was natürlich im Sommer klassischerweise auch wieder am Start sein wird. Ich denke mal, das ist eine schöne Sache. Nightlife-Event ist der klassische Sommer, der klassische Sommer-Event. Das wird natürlich wieder aktiv sein. Und dann kommt eigentlich eine sehr interessante Sache hier. Update 6.1.2 wird ein ganz neues In-Game-Event mit in das Spiel hineinbringen, das sich dann auch in der wöchentlichen Rotation neben Dantuin, Gris und so weiter mit einfliegen wird. Und hier steht es jetzt. Also dieses Event dreht sich komplett rund um die Swoop-Rennen. Und das ist eine Sache, da muss ich sagen, da bin ich ja von Anfang an schon mal direkt hype drauf. Die Swoop-Rennen kommen also innerhalb eines Events in irgendeiner Form zurück und das Ganze wird sich über mehrere Planeten innerhalb unserer Galaxie erstrecken. Und sie werden innerhalb der nächsten Wochen dann nach und nach weiterhin Infos geben über das ganze Setting und wie das Ganze eben aussehen soll. Da muss ich sagen, da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Sache, da freue ich mich wirklich drauf. Neues Event ist sowieso immer schon ganz cool. Und dennoch noch Swoop-Rennen. Ich denke mal, auch Skotor, der ein oder andere wird es kennen. Ist einfach klassisch, das gehört einfach dazu. Sind wir mal ehrlich. Ja, das sind im Endeffekt die Updates, die hier kommen. Also zum einen, okay, verschieben ist nicht ganz so schön, gerade wegen den vielen Bugs, die sich hier eben zusammengesammelt haben. Jetzt diese Woche gerade kamen ja auch noch ein paar Sachen hinzu, zum Beispiel, dass man eben auf der Flotte im Boden steckte oder ähnliches. Auch auf der republikanischen Flotte gab es noch ein paar Problemchen. Klar, das Verschieben ist da ein bisschen doof. Dafür haben sie dann hoffentlich alle Bugfixes soweit fertig. Doppel-EP-Event kommt. Es wird weiterhin vier Wochen sein in der Länge. Und dann wird es eben mit 6.1.2 im Juni ein neues Event geben. Das Nashada-Nightlife-Event kommt zurück mit weiteren neuen Sachen, die sich dort hinzugesellen. Der Duxun-Meister-Modus kommt natürlich. Und die Story für 6.2, also um Kira, Scourge und Satir-Shan, die verschiebt sich noch mal ein bisschen wegen den fehlenden Stimmaufnahmen, die eben nicht gemacht werden können aktuell, weil natürlich alle zu Hause bleiben müssen. Im Studio darf keiner sein, etc. Gut, damit haben wir das im Endeffekt auch geklärt. Ich sage mal, im Großen und Ganzen positive und negative Nachrichten. Ich denke mal, dass sie hier das Swoop-Rennen mit reingepflegt haben. Das hat durchaus auch den psychologischen Sinn, dass man eben ein bisschen was hat, worauf man sich freuen kann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Könnt ihr gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Was erwartet ihr denn von einem Swoop-Rennen? Was ist denn in eurer Sicht, gerade für die, die Kotor gespielt haben, was wollt ihr denn haben für ein Event? Gerade wenn sie schon schreiben, es wird über mehrere Planeten gehen. Titel, Erfolge, wie kann man so ein Event aufziehen? Lasst da eure Gedanken gerne mal unten in den Kommentaren spielen. Würde mich freuen. Und dann können wir das vielleicht in einem der nächsten Videos mal durchsprechen, was ihr da so schönes für Ideen hattet. Das wird es auf jeden Fall erstmal gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor Lohr. Ich bin raus. Tschüssing! Tschüssing!